Herzlich willkommen, Herr Eckert. Guten Tag. Sprengkraft heißt Ihr Buch. Mögen Sie uns kurz eine Einführung geben, worum es darin geht? Es ist ein Krimi mit einem politischen Hintergrund. Also es gibt Islamisten, die einen Anschlag vorbereiten und es gibt eine rechtspopulistische Partei, die mit der Angst vor dem Islamismus versucht, Pumpe zu sammeln, Wählerstimmen einzufangen. Und in diesem Umfeld bewegt sich der Krimi. Es gibt einen Mordfall, der liegt schon 18 Monate zurück. Und ein Kommissar, der sein Image aufpolieren muss, weil seine alte Dienststelle war korrupt, da gab es einen Maulwurf und das lastet auch ihm an. Der muss sich jetzt beweisen und diesen Mord aufdecken. Und mittendrin explodiert dann tatsächlich eine Bombe. Das heißt, Sprengkraft ist ein sehr aktuelles Buch. Wenn Sie sagen, es ist angesiedelt im Bereich Terrorismus, Islamismus. Es hat mich interessiert, so die Spekulation, was würde das mit unserem Land machen, mit uns machen, wenn tatsächlich mal eine Bombe hochgehen würde. Anlass waren die Kofferbomben, die in Köln aus zwei Regionalzügen geholt wurden, die da entdeckt wurden, die nicht hochgegangen sind, zum Glück. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was würde passieren, wenn doch mal was explodieren würde. Wenn also der Islamismus, vor dem ja ständig gewarnt wird, auch jetzt wieder rund ums Oktoberfest, gab es ja jede Menge Warnungen, wenn tatsächlich da was draus werden würde, die Warnungen wahr werden würden. Was draus werden würde? Auf der einen Seite die Hysterie, die vielleicht daraus kommt. Auf die Politik mit ihren immer sich verschärfenden Sicherheitsgesetzen. Als in den 70ern Antiterrorgesetze erstmalig eingeführt wurden, hieß es, das ist ja nur vorübergehend. Jetzt gibt es die RAF nicht mehr, aber die Sicherheitsgesetze sind seitdem noch weiter verschärft worden. Und wer weiß, wo das mal endet. Aber Sie drehen das Rad noch ein bisschen weiter, indem Sie sogar noch darüber hinausgehen und noch Personen ins Spiel bringen, die aus diesem ganzen Szenario auch noch Profit schlagen. Ja, weil ich will ja nicht so einen ganz üblichen Terrorismus-Thriller schreiben. Das wäre mir zu einfach oder zu platt gewesen. Ich gucke immer gern nach, was gibt es noch für Interessen, die eventuell verwickelt sein könnten. Und dann wird es ja auch spannend. Also hinter dieser rechtspopulistischen Partei steckt ein Unternehmer, der einfach mehr Einfluss haben möchte und hofft, dass die Partei sogar in die Landesregierung kommen könnte. Er spekuliert damit. Und hinter dem Anschlag steckt dann letztlich auch etwas ganz anderes und nicht die Islamisten, die es zwar gibt, die aber letztlich auch Opfer geworden sind. Die quasi alle in irgendeiner Form für Eigeninteressen instrumentalisiert werden. Ja, wir sind ja alle böse, oder? Mehr oder weniger. Sie sprechen in Ihrem Buch aber auch den Umgang der Medien mit dem Thema Terrorismus an. Mit dem sind Sie nicht glücklich? Naja, ich bin mit den Medien zum Teil allgemein nicht so glücklich, wenn ich merke, dass auch hier, auch bei den Medien, auch bei der Information, bei den Nachrichten letztlich auch nur zählt, dass da eine Gesellschaft Profit machen möchte, dass Aktionäre für ihr Geld möglichst viel Rendite haben wollen. Und dann wird gespart und gekürzt. Und was dann rauskommt, ist nicht unbedingt eine Berichterstattung, die wirklich informiert. Also ein bisschen auch ein Plädoyer, da vielleicht was dran zu ändern? Also ich weiß nicht, ob man da viel dran ändern kann, aber zum Glück gibt es ja noch Qualitätsmedien. Und auch das Internet ist ja tatsächlich dann, wenn man sich vom Fernsehen, Hörfunk und Printmedien nicht gut bedient fühlt, kann man ja immer noch im Internet recherchieren. Das gibt es ja auch. Genau. Wie gehen Sie denn mit solchen Terrorängsten um? Sie haben am Anfang geschildert, es gibt ja diese Ängste, zumindest in der Gesellschaft. Und was würde passieren in der Sekunde, wo sie mal nicht nur Ängste sind, sondern wo ein reales Szenario tatsächlich existiert, Freiheitsrechte dann sehr schnell eingeschränkt werden. Was passiert in Ihrem Kopf? Ja, bei mir ist die Angst vor der Einschränkung der Freiheitsrechte größer als die Angst um mein Leben, weil auch ein schlimmer Anschlag mit 100 Toten, wäre es ja trotzdem unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ich darunter wäre. Also ich bin da relativ gelassen und wenn es mich trifft, kann ich auch nichts mehr machen. Aber man kann mit den besten Sicherheitsgesetzen nie hundertprozentige Sicherheit herstellen. Meine Frau hat mich gewarnt bei dem Buch, weil es kommen ja auch Islamgegner vor, haben gedacht, du könntest selbst Anschlagsopfer werden, wenn du dich dazu zu drastisch äußerst. Aber auch das liegt mir völlig fern, solche Gedanken. Das hat Sie beim Schreiben nicht beeinflusst. Es wäre ja schlimm, wenn es das tun würde. Also was würde der Begriff des freien Schriftstellers denn noch bedeuten, wenn man die Schere im Kopf haben müsste beim Schreiben? Nein, also da habe ich keine Angst. Und ich glaube nicht, wegen einem Krimi, die Sprengkraft werden nicht unbedingt in Kairo oder Islamabad deutsche Fahnen auf der Straße verbrannt. Das glaube ich nicht. Es sind ja fiktive Figuren, die fiktive Dialoge sprechen. Und der Verlag hat auch nicht gezittert? Zum Glück nicht. Es ist ein guter Verlag. Der Fall wird aufgeklärt? Ja, natürlich. Und am Schluss gibt es nochmal eine Pointe obendrauf. Also nochmal eine Drehung weiter, die ich natürlich nicht verrate. Selbstverständlich nicht verraten. Okay, bitte lesen. Vielen Dank, Horst Eckert. Bitte, gerne. Vielen Dank.